Hauptsache, wir fighten viel. Also, Double Zock heißt, ähm... Zwei Gains. Mhm. Oh ja, das Brawl bleibt mir nicht sehr gerne. Ich bin doch. Nur weiter, nicht weggehen, die Begebener schrugendrinner bringen. Ich brauche mich immer sehr gut. Ach, Damage. Verpasst. Okay. Okay. Dann gehen wir mal. Ja. Hm. 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 Das mag ich jetzt hier zu viel aufschlagen. Aber nicht, dass dieser zu viel reichen geht. Ach, ja, weißt, dann sehen die uns doch nicht. Okay. Vielleicht ist da ein Allein? Oh ja. Oh ja. Ich kann's schnell machen. Das kann man ja. Ja, das tun wir noch ein bisschen. Da kommt was rein. Oh, ich hab den Tracer am Arsch. Damage. Ja. Ja. Scheiße. Ich brauch Eifer. Hämmer. 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 und komm schön auf Tracer wenns geht so sei es eeeeee weiter so mein diener die sind jetzt auch perfekt sieben, die sind noch sechs ihr habt eurem meister gut gedient jetzt die? ah kass wartet mal bis ich komm nicht dass der jetzt da rushen ja probieren nicht bin gleich da lassen sie ihren Tod nicht umsonst gewesen sein die blasen mich so ausm leben ne schon wieder die lieben megalter ich seh deren kugel und dinger gar nicht manchmal ja du musst richtig auf die aufpassen weil die ist halt schlecht du guckst halt einfach immer nur wann wir stehen und dann schießt die rauf also wir können ja super in die ausweichen ja ich hab mich so arg entfernt ja der lieben da wärm nachgegangen das ist halt der chen sprung und der blaze dann die sind halt zu real wenn die ming in der nähe ist ja einfach ein auge immer auf die ming naja aber wenn ich mich nicht bewegen kann bringt das auge auf ming auch nichts und finden sie heraus wie viel schaden seine panzerung einstecken kann nehmt das nehmt das wie viel schaden ja ja das ja ja Wollen wir noch über den Kleist machen? Hinter dir! Eurem Atem gefrieren lassen! Ich hab jetzt mir immer noch volles Leben. Ja, wir sehen uns schneller. Hi. Ja, ist mir das kaputt das Ding, oder? Ja. Boah, jetzt sterbe ich. Ja, ich werde raus. Ein weiterer Schritt in Richtung Sicht. Nein. Okay, wir kennen das schon in der Buche. Ja, das ist ja. Und dann noch ein Smash in Backpump. Oh, die Robotsch. Keine Zeit zum Blauen. Also, die kommen jetzt hier nicht lang. Nee. Wenn, dann hättest du B drücken. Lief mal ein paar B drücken nach dem Camp. Mann. Demon. Boah, Stöner hier. Komm, noch ein hier, noch ein hier, noch ein hier. Oh, schade. Oh, das ist ja. Das klingt niemals schön. Das ist ja hier, wenn er da ist. Das ist ja hier. Äh, klar. Oh, wie das heißt. Ein neues Terminal sollte bald gereicht sein. Ja, kann die sterben. Das war ein Bitch, das zu sehen. Tracer. Ja, die brauchen wir dann. Kennen den, da hast du kennst. Die Lok nimmt die kennen. Nimm die kennen. Jo, jo, jo. Ja. Uch, er springt drüber. Wie der Bot. Nee, da ist der Subjective. Nein, der Bot geht von euch ab. Äh, Sun. Ich stelle mich mal drauf, ihr könnt ja weitermachen. Oh. So. Widerschaffen es bis 7. Was passiert? Also, wenn die nicht, äh, äh, doch. Der frohren erweiten, holt meinem Ohr und statt. Eure Meister. Ah, da wird mir ganz nostalgisch zumutet. Na, schade. Wer grüßt das Ende. Diese Bürde obliegt mir. Wenn ein Plan funktioniert. Eiskalt. Äh, ich wollte gerade sagen, was ist mit Objective? Alter, wieso geht die da? Das ist weg. Wer hochs, wer hochs. Uah, 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 uah. Der war echt geil. Jetzt. Ich geh' in Stellung. Ich geh' in Stellung. In welchem Universum war das denn wieder kein Hit? Ihr würdet euch in der Legion gut machen. Das ist von höchster Dränglichkeit, dass ich mich zurückziehe. Ich geh' mal ganz zurück, obwohl der ich da lag. Ich geh' jetzt raus, ihr könnt weiter machen. Eine schicksalhafte Wahl. Ich versorge deine Wunden. Das ist so einfach so, was du sagst. Eine vernünftige Wahl. Doch getan ist das schwierig. Wieso, der Tank ist doch gar nicht da. Naja, aber wir haben ja auch einen Tank. Geh' noch mal, Mana. Jetzt ist keiner drauf, Leute. Nur einer muss rauf. Ja, ich kann auch rauf gehen. Dann tusch die einfach so. Dann tusch die so rauf. Ja, unverzüglich. Hallo? Ja. Da hätte gerade so eine Runde drin. Ja. Ja. Die da. Wie lange? Äh, zwölf Minuten. Du brauchst nur einen fünften Mann? Nee, eigentlich nicht. Aber sag, wenn du bezocken bist. Also wir sind gerade schon. Ach so, okay. Ja, warte eben. Ähm. Beeindrucken Sie mich Herrschaften. Der Protektor wartet auf Sie. Hallo? Ja, ist egal. Deswegen haben wir nichts anderes gehört bisher. Ja. Ist egal, ist egal. Äh. Äh. So zockt ruhig. Ja. Ja. Ausgezeichnete Arbeit. Ich hab konstant doppelt so viel, so viel Damage wie der gegnerische Assassiner und wie die beiden gegnerischen Assassiner zusammen. Ja. Okay, tschau. Jo, tschau. Tschau. Ja. Hinten kommt was. Ja. Asche zu Asche. Ah, Stengo! Stengo! War aber auch übermütig, oder? Hm. Nicht schlecht. So, jetzt ist ja noch mehr, oder? Wollen wir noch was kuren? Ja, nochmal einmal kurz was rein und sonst... War dir das doch zu viele, ja? Ja, ich muss den Damage oben halten. 96.000 und die Gegner haben 55.000 und 37.000. Also ich bin noch vorne. Was für Jyn ist auch so ein Damage-Monster, da ist einfach... Haha. Das ist also die Macht des Protektors in ihrem vollen Ausmaß. Ja, ja. Können wir nicht mehr erforschen. Wollen wir den Camp machen? Oder einfach... Nee, wir Camp 20 Zauber zauken. Ja, unverschämlich. Und dann einfach mal einen Fall suchen. Ja. Ja. Ziel Camp machen, oder? Oh, in dem Camp, ja. Das ist kein gut. Der Sack ist so! Der macht Kill-Tusatz! Wo sind die? An dem Camp? Wählen Sie ein Talent? Ja. Ein weiteres Glied in der Kette. Wollen wir sagen, die Ming lässt nach. Die trifft immer schlechter. Ein weiteres Glied in der Kette. Was man sichern? Das ist das? Das ist das? Ich renne wieder in die Ming-Kugel. Wut, 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 wut. Wir machen ein paar Keep jetzt damit. Wir haben ja noch das Heimding. Was können wir noch benutzen für das Keep? Wir brauchen ja gar nichts. Das Kill ist ja nicht. Was für ein Keep. Naja, was soll. Nur noch ein paar Stacks. Nur noch ein paar Stacks. Von der Mitte nochmal kommen jetzt. Wir sind ja 20. Wir sind ja nicht 20. Von daher müssen wir nochmal einen Fight suchen. Was am besten. Alalalala. Das ist ein Scheiß. Ich bereite Ihnen ein weiteres Terminal vor. 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 Das war das, das ich mir lustig nochmal hängen. Zumal. 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 wir haben den jetzt seit zwei teams weggepusten dass die was machen konnten ich glaube sie könnten auch wenn wir einfach wenn wir es nicht so schnell angehen bin ich immer für alles zu haben wir sind ziemlich gesplittert jetzt ich kann auch das top-keep machen wir können auch das top-keep einfach holen und finishen während die objektiv machen ja das muss ich einfach drücken oder was haben wir doch gestern auch gemacht ach so mit dem hielding er musste wieder f drücken aber nirgendwo hin tun ja da wo deine maus ist da kurz setzt er das glaube ich dann oder setzt er den unterm charakter ich weiß gar nicht grob ziel ja guckt euch das mal an auf der minimap ja jetzt können wir mal wieder weg gehen ach ach schütze schütze komm ja guter alter krass gut so viel akterium ist doch immer wieder praktisch sie haben eine festung wir haben das Ziel bekommen die Gegner haben keine Objekte gekriegt äh 3 gegen 2 uhr wo ist die alle ah scheiße laufen den Leben mit dem BB 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 Be drücken achso ne dann ist der Tir afайте da gehen zwei Märseer aufs call die könnte doch den dinge holen der non Iris Ich weiß nicht, was es denn macht. Oh, ich würde nicht die Idee machen, die die zu finischen. Obwohl doch... Ich beruhigte, ich wollte gerade sagen, weil ich... Ja, weil ich gedacht, dass die beiden mit mir mitkommen. Ja, ich dachte auch, dass da jemand ein Ball hilft. Ja, sich immer denken. Nicht denken, nicht denken. Ich hab so gesehen, dass ich durchlaufe. Das hat mein Fahrlehrer schon gesagt. Nicht denken, nachdenken. Weil ich sag immer so, ja, ich hab gedacht, das ist so und so. Nee, nicht denken. Naja, das ist auch in der Fahrstudie der Unterschied zwischen umfahren und umfahren, ne? Ja, genau. Fahren Sie jetzt bitte die Oma um. Ja, genau. Popplopp. Durchgefallen. Ja, wollen wir finishen? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja schon fast gut. Oh. 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 Ja. Oh. 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 Oh, oh. Wer ist es da? Foto-Finish! Nein! Etwas zu weit weg. Ah ja, der Abstauber. Sich eben schnell da hinstellen, die Minions alles machen lassen. Ja, so ist es. Aber ich hab Bescheid gesagt. Du's nicht. Boah, das war ein perfektes Game, ey. Das hat ja richtig Bock gemacht. Also außer du sterben, aber... Oh, wir haben Malkanis wieder. Der ist episch, der Malkanis. Der war episch, episch. Okay. Nein. Das reicht, aber ich dachte. Oh, gibt's den episch? Das ist das, wer nicht so. Also, ich weiß nicht. Was ist das? Wo wir drin sind? Oh, wir haben einen hoch Triatumen. Oh, wir haben einen hochschrauben. Wir sehen uns, was wir sehen. Einer konnte.